Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem zweiten Video hier auf den Kanal. Ich bin es hier, euer Asin. Und ja Freunde, heute nochmal, bevor wir morgen unser letztes Spiel bestreiten, ja, ist das nochmal so eine kleine Motivation für unsere Mannschaft. Ich weiß, die werden das Spiel zwar nicht sehen, aber ja, das Spiel morgen wird für beide Seiten definitiv wichtig, denn auf einer Seite kann Rostock sich noch retten, ja. Ja, aber da muss richtig, richtig viel für Rostock sprechen. Und es wird natürlich nicht einfach für Rostock gegen uns aus Paderborn. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass es für Rostock nicht einfach werden wird. Denn wir haben vom Tabellenplatz her auch noch was zu verlieren, und zwar TV-Gelder. Ja, TV-Gelder ist natürlich auch ein wichtiges Ding. Ja, wir können theoretischerweise noch zwei Tabellenplätze abrutschen, ja, denn die Hertha und Fürth könnten uns theoretischerweise noch überholen, wenn wir unentschieden spielen oder verlieren. Ja, deswegen, ja, wird das auf jeden Fall nochmal eine spannende Nummer morgen. Und Rostock, Rostock muss definitiv gewinnen und hoffen, dass Wiesbaden maximal unentschieden gegen St. Pauli spielt. Ja, am besten wäre er natürlich verlieren, damit Rostock noch eine Chance hat, hier in der Relegation gegen dann, boah, gegen wen ist denn das dann? Ach, gegen Münster oder gegen Regensburg aus der dritten Liga zu spielen. Das entscheidet sich nämlich auch heute schon um 13.30 Uhr, ob es gegen Münster sein wird oder Regensburg. Ja, wenn Münster gewinnt, dann sind sie safe. Wenn Regensburg gewinnt und Münster verliert, dann muss Münster in die Relegation. Also Münster muss gewinnen. Ich weiß nicht, ob ein Unentschieden reicht, aber ein Sieg ist natürlich immer am sichersten. Deswegen, Leute, unsere Mannschaft, Jungs, tut uns das morgen an und liefert nochmal eine souveräne Partie ab. Denn, wie gesagt, das geht noch um ein bisschen was. Das geht nämlich um die TV-Gelder und TV-Gelder sind auch ein wichtiges Ding. Ja, deswegen nochmal eine souveräne Leistung zeigen. Deswegen, auch wenn es quasi um nichts mehr geht, ja, auf dem Zettel jetzt, aber in Wirklichkeit geht es, wie gesagt, noch um die TV-Gelder. Denn, wenn du nochmal zwei Plätze abrutschst in der Tabelle, kriegst du natürlich nochmal weniger TV-Gelder. Deswegen, Jungs, schmeißt alles rein, ja. Also, damit will ich jetzt nicht sagen, schmeißt alles rein, so wie gegen Hertha, dass wir am Ende noch in den letzten zehn Minuten, oder wie viele Minuten das war, nochmal zwei Gegentore kassieren. Aber, ja, gewinnt die Partie, ja. Ja, aber, ja, souverän, so wie im Hinspiel am besten, ja. Macht eine souveräne Partie, ja. Ich habe das volle Vertrauen in unsere Mannschaft, denn wir haben sie im Hinspiel auch schon 3-0 besiegt, die Rostocker. Und, ja, unsere Mannschaft hat sich mittlerweile gefunden, ja. Nicht mehr so wie am Anfang der Saison, dass du einfach mal 5-0 gegen Fürth weggehauen wirst. Deswegen, ich habe das Vertrauen. Und ich denke mal, wir werden die Partie auch gewinnen. Ich bin positiv, dass wir die Partie gewinnen werden. Und ich sage, wir gewinnen die Partie auch am Ende. Gut, wenn Rostock die Partie gewinnt, bin ich euch ehrlich, bin ich gespaltener Meinung. Denn nachdem, was im Hinspiel bei uns passiert ist, ist das mit den Sanitäranlagen und den Ticketscanner-Automaten rausgerissen, dass sie das gemacht haben. Also das geht natürlich richtig unter die Gürtellinie. Ist natürlich absolutes Fehlverhalten, weil das kann man absolut nicht verstehen, dass die Mannschaft einfach Ticketscanner-Automaten wie Toiletten einfach demoliert, ist natürlich eine richtig, richtig blöde, miese Sache. Und das, obwohl wir natürlich nichts dafür können, wenn Rostock so schlecht im Hinspiel gespielt hat und 3-0 verliert, da können wir ja nichts für. Also wir sind ja nicht dafür zuständig, dass Rostock ihre Spiele gewinnt. Aber ich hoffe, es wird nach dem Spiel keine Ausschreitungen geben, falls wir gewinnen sollten. Denn mit Rostock-Fans ist nicht zu spaßen. Deswegen, ja, wir müssen aufpassen. Am besten an der Cover zum Stadion gehen und wieder weggehen. Also Schal verstecken. Nicht, dass man nachher noch verprügelt oder in Schal abgezogen wird. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen, ich bin auch gespaltener Meinung, wie gesagt, was Rostock angeht, wie gesagt, wegen den Sanitäranlagen und wegen den Ticketscanner-Automaten. An der anderen Seite finde ich sie sympathisch. Aber man kennt es ja von Rostock, die machen gerne mal ein bisschen Randale. Oder ehrlich gesagt, ein bisschen viel Randale. Nicht nur bei uns. Deswegen, ja, wie gesagt, am Ende einfach eine souveräne Partie abliefern. Und da bin ich positiver Meinung, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und vielleicht gehen wir dann sogar am Ende der Saison mit einer Plus-Differenz raus. Und zwar, wir müssen mindestens mit zwei Toren Abstand gewinnen, damit wir mit einer Plus-Differenz rausgehen. Und ich würde sagen, wir gucken einmal auf die Vorschau, ja, auf die voraussichtlichen Aufstellungen von Rostock und von uns. Ja, wir fangen mit Rostock an. Markus Kolke im Tor. Jonas David in der Abwehr, genauso wie Damian Rosbach und Alexander Rossipal. Dann im Mittelfeld Nico Naidat. Dennis Dressel, Sebastian Vassalianis, John Patrick Strauss, Swante Ingelsson und Christian Kinsomny. Also ich weiß nicht, was für eine Formation die dann da spielen wollen, wenn die mit sechs Mittelfeldspielern spielen. Mal gucken, überraschen lassen. Ähm, und im Sturm Julio Brumado. Und fehlen werden Rostock, Elias, Oliver Höftmann, Kai Pröger. Ähm, also Höftmann fehlt wegen Kreuzpatris, Pröger wegen seiner fünfter gelben Karte. Und Sing wegen einer Rotsperre. Und dann noch von uns der ausgeliehen Jasper Fanderweff an Doktorenprobleme. Kurz mal zu Jasper Fanderweff. Ich glaube nicht, dass er zurück zu uns kommen wird, denn wir haben so viele Innenverteidiger. Innenverteidiger, wir müssen da nämlich aussortieren. Dann kommen wir zu unserem SC Paderborn. Ähm, ja, im Tor wird das glaube ich klar sein. Pelle Böwing, Abwehr, ähm, ja, kann man glaube ich auch so gehen lassen. Hoffmeier, Muslio und Brackelmann. Im Mittelfeld Sebastian Klaas, Kai Klefisch, Christian Kinsomny und Aaron Zehner. Ja, und im Sturm dann Künkhorstons, Elias Ansar und Philippe Elbier. Kann so hinkommen mit der Aufstellung. Mal schauen. Ähm, ja, fehlen, tun uns wegen einer Meniskusverletzung. Glauben Kurda. Kimberle Ezequem leider noch immer, wie in der ganzen Saison, ja, verletzt, beziehungsweise erkrankt. Ja, ist natürlich blöd gelaufen für ihn, ja, dass er sich genau in der Live-Ase, wo er zu uns ausgeliehen wurde, verletzt, beziehungsweise krank geworden ist. Dann Mathis Hans wegen Sündesmoseris fehlt Hansen. Obermeier fehlt wegen gelben Sperre. Und Marco Schuster Reha nach Kliathroxkopie. Also, Marco Schuster ist in der Reha, ähm, ja, was natürlich wehtut, dass Raphael Obermeier mit der gelben Sperre fehlt. Aber ich denke mal, das werden wir gut ausgleichen können. Ich meine, wir haben Bill Bia und Aaron Zehner über die beiden Positionen, über links und rechts vorne. Also, das könnte, ja, ähm, könnte man gut ausgleichen. Oder man tut halt Elias Anser nach links und Bill Bia nach rechts oder halt andersrum. Wir werden es sehen, aber ich denke mal, die Aufstellung könnte so hinkommen, ja. Und ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's von dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, wir gehen noch mal mit einem Sieg aus der Saison, wäre wichtig. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Und Leute, wie gesagt, ich werde morgen, ich werde morgen nach Rostock fahren, morgen früh. Und deswegen auch Respekt an jeden Fan, der auswärts nochmal fährt, äh, morgen. Egal, ob bei uns oder bei, äh, den anderen Spielen. Respekt, Respekt. Und, ähm, ja. Also, was ich mir sagen, Leute. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Und, ciao, ciao. 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 Vielen Dank.